So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, denn das Mai-Update ist da. Da muss ich erstmal kurz Luft holen, wollte nämlich gerade den Stream vorbereiten für abends, hab mir gedacht, was machen wir an Dienstag für ein Video, ich weiß es nicht genau. Jetzt weiß ich, ich brauche Dienstag gar kein Video machen, denn das ist jetzt das Dienstagsvideo schon gleich. Mai-Update, die Leute haben die ganze Zeit schon gewartet, wann kommen die Mai-News, was wird es im Mai geben. Mein Tipp war natürlich Mega-Pinsir, als Mega-Raid vielleicht, weil das ja schon wieder im Data-Mine gefunden wurde und nicht so ein krasses Pokémon ist, dass das an irgendein heftiges Event oder Fest gebunden ist. Also, dass das dann zu einer Safari-Zone im Zusammenhang oder zu einem Go-Fest kommt, konnte ich mir nicht denken, wird sicherlich einfach im Mai zwischendurch mal rausgehauen. Ist jetzt hier auch auf der Liste dabei, wie man sieht, und natürlich Kapu Kime, der letzte Kapu-Schutzpatron, der gefehlt hat, der noch als Shiny released werden muss. Ist also dann auch dabei, war auch mein Tipp, was es sonst so gibt, guckt mal und setzt mal fix an. Ich habe diese Grafik auch schnell im Community-Tab gepostet und es ist wieder englisch, es ist wieder total pixellig, es ist klein, es ist total, naja, ich fand das schöner im Blog-Post, dass das wunderbar war. Jetzt versuchen wir uns hier durchzuboxen. Momentan ist ja noch Kapu Toro in den Raids 17. April bis 2. Mai. Heute ist der 24. Viertel. Das Gute ist, das ist zwar neu als Shiny, ist aber zwei Wochen drin, also selbst mit dem täglichen Pass. Auf Kapu Toro hat man gute Chancen, einen Shiny zu bekommen. Ich habe bisher noch keinen Shiny Kapu Toro auf dem Hauptaccount bekommen. Die Nudel hat eins, falls ich doch gar keins kriege, könnte ich mir das einfach rüber tauschen, ohne viel Geld auszugeben. Habt ihr schon ein Kapu Toro in Shiny? Schreibt es mal in die Kommentare. Am 2. Mai wechselt dann der Raid-Boss von Kapu Toro auf Genesect mit dem Shock Drive, also mit dem Elektromodul ist das wahrscheinlich. 2. Mai bis 9. Mai. Bleibt also eine Woche lang da. Ich weiß jetzt nicht genau, welches das Elektromodul ist. Es gab bisher, glaube ich, zwei Stück, die Shiny sein konnten. Elektromodul, glaube ich, war noch nicht. Shiny da, wäre dann also auch neu als Shiny. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich habe die ganzen Genesects nicht im Kopf. Ich habe ein 100er Genesect. Ich habe eins auf 50 gezogen. Das auch als Shiny neu in Rot sieht auf jeden Fall wunderbar aus. Freue ich mich auch drauf. Dann geht es weiter. 9. Mai bis 24. Mai. Auch wieder zwei Wochen. Kapu Kime. Neu als Shiny. Zwei Wochen. Shiny, täglicher Pass. Macht auch Bock. Würde ich auch mitnehmen. Gucken, dass ich zwei bekomme. Ein normales, eins im Lucky Trade zur Vollständigkeit. 24. Mai bis 1. Juni. Regi Gigas. Ich habe schon 400%ige Regi Gigas. Ich habe Shiny Regi Gigas. Damit bin ich eigentlich fertig. Viele Leute freuen sich aber, weil sie noch gar kein Regi Gigas haben. Oder eben das Shiny noch nicht bekommen haben. 24. bis 1. ist dann auch eine Woche, oder? Sechs. Genau. Müsste eine Woche sein. Eine Woche Regi Gigas. Auch als Shiny. Ist jetzt nicht wirklich nützlich. Kann man dazu nicht nutzen. Brauchst du eigentlich für nichts. Ist Typ normal. Typ normale sowieso Quatsch. Aber wer es noch braucht, nimmt es mit. Was ist mit den Mega Raids? Mega Raids. Wir haben Mega Lamos in den Raids. So lang wie Kabutoro da ist. Wir haben auch letztens im Stream schon zwei, drei Leute gehabt, die gefragt haben, ob man für Mega Lamos einladen kann. Haben wir fix gemacht. Ist jetzt aber auch nicht der nützlichste, den man so nehmen kann. Danach kommt Mega Scherox. Mega Scherox finde ich zum Beispiel wieder interessanter. Besser. Ist auch wieder ein Käfer. Genau. Wir gehen jetzt ja Käfer. Ist etwa schon wieder ein Käfer-Event. Incoming. Mega Scherox wird vom 2. Mai bis zum 11. Mai kommen. Was diesmal also nicht pünktlich wechselt zusammen, wenn Cabo Kime reinkommt. Weil das kommt schon am 9. Mai. Aber Mega Pinsir kommt ab 11. erst. Also der 5. wechselt diesmal am 9. Aber Mega Scherox bleibt bis zum 11. Habe ich auch noch nicht erlebt. Da brauche ich auch nichts. Da bin ich auch fertig. 100er, 50, alles da. Shiny da. Aber 11. Mai bis 24. Mai. Auch gefühlt zwei Wochen. Mega Pinsir. Ich möchte wieder ein 100er hochziehen. Ich möchte ein männliches entwickeln. Ein weibliches entwickeln. Ich möchte ein Shiny entwickeln. Stufe 3 machen bei beiden. Und 11. bis 24. Mai. 24. bis 1. ist dann wieder Mega Altaria. Kann man gut nutzen, wenn man Fee-Typen boosten möchte. Oder eben Drachentypen. Und ein neuer Mega-Raid-Boss also dabei. Freue ich mich drauf. Wird es ein Community-Raid geben. Und dreimal neuer Shiny-Hunt bei den Legendären. Einer, wo man immer noch drin ist. Ricky Higas. Wird auch viele freuen. Ist meiner Meinung nach doch trotzdem interessant. Dann haben wir Events stehen. Die lasse ich mal kurz aus. Weil die kann ich eh nicht lesen. Feldforschungs-Durchbruch ist immer noch das gleiche. Parasek. Pinsir. Relaxo. Kaumalat. Quaff-Waff. Und Gumi. Wir nennen ihn einfach Gumi. Da hat sich nichts geändert. Raid-Stunden. Daran erkennt man auch nochmal, wie wo was ist. Nämlich, dass Genesekt eine Raid-Stunde bekommt im Mai. Kabukime bekommt zwei Raid-Stunden. Und Regi Gigas bekommt auch zwei Raid-Stunden. Also ist am Mittwoch zweimal drin. Spotlight-Hours. Fünf Spotlight-Stunden sind im Mai drin. Das ist krass. Normal haben wir ungefähr vier. Jetzt haben wir fünf. Was haben wir? Wir haben Alola Kleinstein am 2. Mai mit Doppel-Erfahrungspunkten fürs Fangen der Pokémon. Wir haben Ponita am 9. Mai mit Doppel-Fangen-Bong-Bongs. Wir haben Knofensa am 16. Mai mit Doppel-Verschick-Bong-Bongs. Wir haben Ice-Korpions, genau. Wir haben Pionscora am 23. Mai mit Doppel-Entwicklungs-EP. Und wir haben Hunduster. Und da gibt es jetzt bestimmt Staub am 30. Mai. Genau, Doppel-Staub fürs Fangen der Pokémon. Hunduster, der einzige von denen, der auch dann eine Mega-Entwicklung hat, wo man gut ein Exemplar mitnimmt. Eins hochziehen kann. Unlichtangreifer, Feuerangreifer, Mega-Entwicklung am Start. Ein paar Bonbons machen, alles hin und her. Wäre für mich die interessanteste Spotlight-Stunde von denen, die ich jetzt hier sehe. So, Events. Kommen wir noch zu Events. Wir haben am 2. Mai bis zum 8. Mai ein Instinktiv-Hero. Ein Instinktiv-Hero. Wir haben ja jetzt schon was mit Blanchet gehabt. Dann kriegen wir sicherlich auch was mit dem gelben Trainer. Und dann kriegen wir noch was mit dem roten. Und ihr seht schon, die Infovideos werden immer beschissener. Weil man einfach gar nicht mehr mit diesen ganzen Begriffen und dem Zeug... Also, da wird auch noch was kommen zu Team Rot, zu Team Gelb dann. Hier also erstmal, äh, dann... Was ist ein Instinkt? Instinkt ist... Ich weiß nicht, ob was Instinkt ist. Raid-Day am 6. Mai steht hier noch drin. Ein Avala-Rosiro, 11. Mai bis 17. Mai. Elite-Rates am 13. Mai. Community-Day am 21. Mai. Frage-Zeichen vom 22. Mai bis zum 28. Mai. Also, es sieht so bescheuert aus. Und du kannst auch gefühlt nix rauslesen. Darunter stehen noch Uhrzeiten. Die gefühlt, ja, immer normal um... Da steht 11, da steht 2, da steht sonst was. Ihr wisst ja, Community-Rates, äh, Community-Days mittlerweile immer 14 Uhr, sagen wir mal. 14 Uhr. Das passt schon. Die einzelnen Events werden sowieso alle nochmal extra angekündigt. Da braucht ihr jetzt noch nicht fertig machen. Für euch interessant wahrscheinlich trotzdem immer die Spotlights und die Raid-Borse, die kommen. Obwohl man ja merkt, dass das Raid momentan extrem stark zurückgeht. Leider Gottes. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine kleine gemütliche Shiny-Hand-Tour. Guckt mal, was mich sonst noch erwartet. Da würde ich sagen, ja, was sind eure Favoriten? Schreibt es mal hier rein. Die Nerven liegen blank. Dann klingelt es auch noch. Ich habe noch nie die Klingel hier gehört, gefühlt. Jetzt klingelt es und du denkst dir nur, was ist das denn? Dann rennt schon wieder hier jemand durchs Haus. Also, ja, da kriegst du, da kriegst du Splack, ne? Das war es von meiner Seite aus. Schreibt eure Favoriten rein. Schreibt eure Ziele rein. Freut ihr euch auf den Mai? Findet ihr das cool? Seid ihr enttäuscht? Es wird wie immer Leute geben, die sagen, langweilig. Weil bei denen ist alles langweilig. Da können die 5 neue Sachen bringen. Langweilig. Zu den Events wird es sicherlich einzelne Videos geben, dass man genau weiß, wann, was, wie, wo ist. Und ich bin trotzdem gespannt. Es geht noch weiter. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses.